Einiges los bei Borussia Dortmund, neuer Trainer, Hummels wird gehen und auch ein großer Knall rund um Niklas Süle. Zudem sprechen wir auch natürlich über den FC Bayern München, Goretzka, Kimmich, Upamecano haben wohl keine Zukunft und auch bei Matthij Stilic gibt es jetzt schon einen Klub, der wohl ernst machen möchte. Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video, vorab lasst ein Like da und auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ja und schaut auch gerne auf Instagram vorbei, bulli-inside für noch mehr News. Mats Hummels wird den Verein auch trotz des Aus von einem Edin Terzic wohl verlassen. Das wurde jetzt eigentlich pünktlich, wenn dieses Video rauskommt, gerade eben berichtet. Denn in Ruhr-Nachrichten, sie berichten es, der 35-Jährige wird kein neues Vertragsangebot von Borussia Dortmund bekommen. Wer jetzt angenommen hat, dass Hummels jetzt nach dem Terzic aus bei Dortmund weitermacht, wird wohl jetzt eines Besseren belehrt. Mats Hummels wird Borussia Dortmund verlassen und das bedeutet, man muss in der Innenverteidigung noch einen richtigen Hammer-Transfer tätigen. Da werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen definitiv noch mit beschäftigen. Waldemar Anton wird wieder ein heißes Thema werden bei Borussia Dortmund. Aber alles mit seiner Zeit, wie gesagt, die Ruhr-Nachrichten haben das jetzt berichtet. Eine Bestätigung anderer Medien, die hat es bislang noch nicht gegeben. Und jetzt haben wir schon über den einen oder anderen Verteidiger gesprochen. Sprechen wir doch auch über Matthijs de Ligt. Denn der steht jetzt wohl ganz oben auf der Liste von Trainer Eric Den Haag. Denn der wird bei Manchester United weitermachen. Das wurde jetzt auch in England berichtet. Eric Den Haag wird weitermachen und sein erstes Transferziel, das soll wohl tatsächlich Matthijs de Ligt sein. Die beiden kennen sich. Die beiden haben zusammen mit Ajax Amsterdam große Erfolge erzielt. Da war der Ligt der Kapitän unter eben Eric Den Haag. Und die beiden sind Niederländer. Die beiden kennen sich. Die beiden schätzen sich. Von daher passt das schon ziemlich gut. Und jetzt wurde ja quasi eben auch vor wenigen Minuten Hiroki Ito vorgestellt. Jonathan Tarsol auch noch kommen. Und dann sollen auch zwei Spieler die Verteidigung verlassen. Die Bayern-Fans, sie sagen immer wieder, ich habe mir nämlich die Kommentare mal durchgelesen auf Twitter, auf Instagram, bei diesem Ito-Post. Sie wollen unbedingt, dass Matthijs de Ligt bleibt. Das Problem ist halt eben 65 Millionen Euro Marktwert. Die Bayern könnten hier 70, 75 Millionen Euro von Manchester United verlangen, weil er noch langfristig vertragt hat. Also das wäre auch eine Summe, die wohl United bereit wäre zu zahlen. Eric Den Haag ist großer Fan von de Ligt. Sie suchen einen neuen Innenverteidiger, weil es ja zum Beispiel Raphael Varan den Verein definitiv im Sommer verlassen wird. Und jetzt gehen eben die Blicke auf Matthijs de Ligt. Über ihn müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen wohl noch öfter sprechen. Er ist Abschiedskandidat Nummer 1. Hoher Marktwert, hohes Gehalt, viele Verletzungen. Das passt eben aktuell nicht so richtig rein. Also wird es sehr, sehr spannend, wie es da beim FC Bayern München weitergeht. Was ist denn eure Meinung? Matthijs de Ligt verkaufen oder nicht verkaufen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, wir bleiben in der Abwehr. Tabsoba hat sich jetzt wohl tatsächlich mit Paris Saint-Germain getroffen. Das ist die große Abwehrfolge, wenn man das irgendwie so sehen mag. Hummels de Ligt, Tabsoba. Aber ja, es hat jetzt ein Treffen gegeben. Tabsoba soll wohl tatsächlich ein Gespräch mit Paris Saint-Germain getabt haben. Das hat jetzt Fußballtransfersberichte. Der 25-Jährige war in der französischen Hauptstadt. Er ist wohl tatsächlich auf der Liste der Pariser. Bei einer Verstärkung in der Defensive erwägt man wohl tatsächlich einen Vorstoß beim Verteidiger von Bayer Leverkusen. Ihr merkt, dann wird es schon richtig eng. Tah könnte gehen, Tabsoba. Aber ja, da muss man auf jeden Fall aus Sicht von Bayer Leverkusen noch jemanden holen. Weil der Ma'Anton ist ja auch da zum Beispiel ein Kandidat. Aber Tabsoba hat auch eine ziemlich hohe Klausel in seinem Vertrag verankert. 80 bis 100 Millionen Euro. Das wäre natürlich extrem, extrem viel für einen Transfer. Muss man sagen, wird vermutlich nicht so viel Summe fließen. Da muss man so realistisch sein. Aber aufgrund dieser hohen Klausel hat natürlich Bayer Leverkusen die Zügel in der Hand. Er hat eine Marktwert von 45 Millionen Euro. Also ich sag mal, unter 50 geht da eigentlich nichts. Joshua Kimmich hat eben nur noch Vertrag bis zum nächsten Jahr. Und jetzt gibt es Bayern intern wohl die Vermutungen, dass Joshua Kimmich tatsächlich den Verein nicht verlassen möchte. Aber auch nicht seinen Vertrag verlängern möchte. Denn es herrscht so ein bisschen Unmut bei den Bayern. Es scheint so, dass Joshua Kimmich möglicherweise versucht, nächstes Jahr ablösefrei zum FC Barcelona zu wechseln. Und das ist natürlich ein Szenario, das können sie definitiv nicht zulassen. Der Stand ist eben so. Joshua Kimmich verdient sehr, sehr viel beim FC Bayern München. Sollte er seinen Vertrag verlängern wollen, dann müsste er definitiv Abstriche beim Gehalt machen. Zudem plant Neutrainer Vincent Kompany wohl nicht im zentralen Mittelfeld mit ihm. Das sind die Meldungen, die jetzt von Sky bis Dato hervorgegangen sind. Und intern soll es wohl so sein, dass man eben fürchtet, dass er seinen Vertrag im Endeffekt einfach erfüllen möchte bis zum nächsten Sommer. Und dann zu den angeschlagenen oder finanziell angeschlagenen Katalanen wechseln möchte. Die haben ja Joshua Kimmich schon länger im Visier. Spätestens jetzt, wo Hansi Flick dort Trainer wurde, war klar, das Thema Kimmich könnte dort nochmal heiß werden. Und ein ablösefreier Wechsel, der würde ja natürlich nicht nur dem FC Barcelona zugutekommen. Nein, natürlich auch dem Spieler selbst, der würde ja dementsprechend ein Handgeld kassieren. Und das wäre schon enorm bei einem Marktwert von circa 50 Millionen Euro. Max Eberl und Co., die müssen auf jeden Fall jetzt sich mit dem einen oder anderen Spieler zusammensetzen. Und ihm ganz klar machen, dass die Zeit nicht schön wird, wenn sie irgendwie sowas in die Richtung versuchen sollten. Ich bin mal gespannt, ob das gelingen wird. Das werden wir uns definitiv in den nächsten Tagen angucken. Jetzt sprechen wir über einen Spieler, der für sich selber wohl festgelegt hat, er wird den Verein verlassen. Das ist Diod Opamecano. Diese Meldung, die hat uns heute Morgen erreicht. Es ist ja so, dass eigentlich grundsätzlich die Meldung jetzt kam, ja, es soll Matthias Delift gehen. Opamecano passt eigentlich ziemlich gut zu Vincent Kompany. Jetzt wurde der Transfer von Hiroki Ito ja auch schon offiziell gemacht. Und Diod Opamecano, der soll wohl intern für sich jetzt entschieden haben, ja, er möchte den FC Bayern München definitiv verlassen. Sky hat es berichtet, der ist offen für eine neue Herausforderung. Seine Berater, der sondiert auch schon so ein bisschen den Markt, obwohl natürlich der eigentliche Bayern-Trainer Vincent Kompany relativ überzeugt vom französischen Nationalspieler sein soll und sich intern auch schon für einen Verbleib von Diod Opamecano ausgesprochen hat. Scheint es aber so, dass gerade auch das komplizierte Saisonende, wo Diod Opamecano in der letzten Saison wirklich nicht viel gespielt hat, äußerst, äußerst bedenklich ist, was seine Zukunft beim FC Bayern München angeht. Sein Marktwert 45 Millionen Euro, Vertrag noch bis 2,26. Es gab in den letzten Jahren, Monaten immer wieder Gerüchte rund um Paris Saint-Germain, dass die ein Interesse an Opamecano haben. Die bauen sich ja so eine kleine französische Nationalmannschaft da aktuell auf. Also da würde er auch vom Sinn her gut reinpassen, aber jetzt gab es tatsächlich laut Sky-Infos auch grundsätzliches Interesse beim FC Chelsea aus der Premier League. Alles vermutlich Vereine, die für ihn grundsätzlich interessant wären. Jetzt ist es so, er wird bei Frankreich tatsächlich in der Startelf auflaufen, aller Voraussicht nach bei dieser Heime-EM. Kann sich dementsprechend nochmal zeigen, kann gute Leistungen zeigen und dann könnte es natürlich auch hier für einen Wechsel zu einem absoluten Top-Klub reichen. Wie gesagt, für die Bayern ein herber Verlust, aber würde natürlich auch Gelder in die Kasse reinspülen. Und wenn ein Jonathan Tah noch kommt, dann wäre das wohl grundsätzlich kein Problem, der Opamecano zu ersetzen. Anders könnte es da bei Leon Goretzka aussehen. Der könnte vielleicht gar nicht ersetzt werden oder durch Jao Palin ersetzt werden, wie man das eben sehen mag. Er gilt ja auch als einer der Verkaufskandidaten, aber jetzt gab es da auch die Meldung, es gibt den ersten Klub, der Interesse zeigt. Und das ist tatsächlich Manchester United. Sie sollen hier Leon Goretzka auf dem Zettel haben. Das berichtet Football-Transfers aus England. Der 29-Jährige darf ja den FC Bayern München verlassen in diesem Sommer. Von der Physis her würde ich ihn auch sehr, sehr gut in der Premier League sehen. Er hat einen Marktwert von 30 Millionen Euro, Vertrag auch noch bis 226. Also man würde auch schon, denke ich, diese 30 Millionen Euro für ihn bekommen. Man braucht ja auch ein bisschen Gelder, um dann eben solche Transfers wie Palinia. Da gibt es auch übrigens ein paar Problemchen immer noch in der Ablösesumme. Das zweite Angebot von den Bayern wurde jetzt auch noch abgelehnt. Also man braucht hier auch Gelder, um im Mittelfeld zu reinvestieren. Und da wäre natürlich 30 Millionen Euro für Leon Goretzka definitiv eine Summe, die man sich hier gut vorstellen könnte. Manchester United, wie gesagt, ist interessiert. Auch gab es immer wieder Gerüchte von Juventus Turin, dass die auch an ihm dran wären. Ich bin gespannt, wo es für ihn hingehen könnte. Leon Goretzka hat jetzt ja sehr, sehr viel Zeit, um über seine Zukunft nachzudenken. Denn er ist ja nicht bei der Heim-JM dabei und das ist ein Umstand, der soll ihm gar nicht gefallen. Er muss jetzt einen Klub suchen, wo er gesetzt ist, wo er Stammspieler ist, um dann auch wieder in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Also was können wir jetzt über dieses Trio abschließend sagen? Grundsätzlich gibt es natürlich, versteht mich hier nicht falsch, noch einige weitere Spieler beim FC Bayern München, die den Verein verlassen könnten. Das ist richtig. Wir haben jetzt vor kurzer Zeit auch darüber gehört, dass Nasser Masraoui wohl den Verein verlassen darf. Da sollte es jetzt auch quasi schon die Entscheidung gefallen worden sein, dass er gehen soll, dass man auf der rechten Abwehrseite anders plant. Wie gesagt, ich wollte euch jetzt einfach nochmal über die drei, weil da gab es jetzt hier wirklich in den letzten Stunden nochmal richtig Bewegung, zumindestens mal ein kleines Update geben und natürlich auch eure Meinung einholen. Was sagt ihr, wen würdet ihr beim FC Bayern München definitiv verkaufen? Kimmich und Goretzka, das eigentliche, ja ich sage mal die eigentliche Achse im Mittelfeld, die könnte jetzt tatsächlich geschlossen den FC Bayern München im Sommer verlassen. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Florian Wirz. Florian Wirz, der hat sich jetzt auf der Pressekonferenz gemeinsam mit Jamal Mosella, haben wahrscheinlich viele von euch gesehen, so ein bisschen über auch den FC Bayern München geäußert. Beide haben gesagt, grundsätzlich würden sie sehr, sehr gerne mal zusammenspielen. Sie würden gerne in einem Verein spielen, sie harmonieren zusammen, ob das jetzt Real Madrid oder der FC Bayern München ist, das ist natürlich noch nicht so ganz klar. Und auf die Frage, ob er denn zum FC Bayern München zusammen, also ob er dann zum FC Bayern wechseln würde, da sagte er, das ist jetzt eine gemeine Frage. Da müsste ich mich jetzt ja festlegen, Jamal spielt ja bei den Bayern, ich fühle mich sehr wohl in Leverkusen, ich bin gespannt, was mir in der Zukunft passiert. Grundsätzlich ist mir auch in der letzten Zeit aufgefallen, Florian Wirz, der lässt seine Zukunft in Interviews sehr, sehr offen. Ja, es ist wohl so, in diesem Sommer wird er aller Voraussicht nach, zumindest sollte da nicht ein absolutes Hammerangebot der Bayern oder von Real Madrid kommen, bei Bayer Leverkusen bleiben. Dann ist aber im nächsten Jahr seine Zukunft extrem ungewiss. Es könnten die Bayern werden, gemeinsam mit Jamal Mosella zaubern. Es könnten natürlich aber auch andere Klubs werden, zum Beispiel Real Madrid. Die sind sehr interessiert an ihm, sehen in ihm natürlich auch die Zukunft. Bei Real Madrid ist ja ein Spieler aus unter 23 und Weltklasse, dann müssen wir den eigentlich haben. So ein bisschen ist das das Motto dort und Weltklasse und unter 23, das ist Florian Wirz definitiv. Aber auch ein Transfer zum FC Bayern München, der scheint ihn anscheinend nicht kalt zu lassen. Diese Fragen kommen immer wieder, immer öfter und ich bin mal gespannt, wie lange er sich noch dagegen wehren kann. Ein Transfer, der so ziemlich aus dem Nichts kam. Einige von euch haben es wahrscheinlich gestern Abend schon mitbekommen. Da ging es natürlich sowohl bei Fabrizio Romano als auch bei Sky oder Bild ziemlich drunter und drüber. Ja, wir können das jetzt aber als offiziell vermelden. Hiroki Ito vom VfB Stuttgart ist neuer Spieler des FC Bayern Münchens. Der Partner unterschreibt seinen Vertrag bis 2029 beim FC Bayern München. Er ist heute, das sind die Informationen des Kickers, bereits in München und absolviert noch den obligatorischen Medizincheck. Und dann wird tatsächlich eine Ausstiegsklausel gezogen werden. Laut Infos des Kickers ist diese Ausstiegsklausel auch nicht bei 30 Millionen Euro, wie das von Fabrizio Romano und Sky berichtet wurde, sondern tatsächlich lediglich bei 23 Millionen Euro plus eben erfolgsabhängige Boni, die dann noch bis zu 28 Millionen Euro insgesamt ansteigen können. Hintergrund bei Ito. Er hat eine wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt. Eine sehr solide Saison beim VfB Stuttgart. War dann auch maßgeblich daran mitbeteiligt, dass sie es eben in die Champions League geschafft haben. Man konnte ihn für wenig Geld holen, er ist nur 25 Jahre alt. Und bei ihm das Besondere ist eben, dass er ein Linksfuß ist. Ein Linksfuß in der Innenverteidigung, das hat den Bayern die ganze Zeit gefehlt. Das wollten sie unbedingt haben. Und auch Vincent Kompany war bei diesem Deal wohl komplett mit involviert. Und auch er hat sein grünes Licht für Hiroki Ito gegeben. Ito ist der neue Spieler des FC Bayern Münchens. Da gibt es natürlich jetzt sehr, sehr gespaltene Meinungen, wenn man sich das Ganze auf Social Media anguckt. Ja, er ist bei Stuttgart einer der besten Verteidiger gewesen. Ja, er kann in der linken Abwehrseite, also linke Innenverteidiger spielen, kann aber auch als Linksverteidiger spielen. Man hat sich damit einen variablen Spieler geholt. Und auch in einer potenziellen Dreierkette sollte Vincent Kompany diese installieren wollen bei den München, hat man hier den perfekten Spieler dafür. Andersrum sage ich euch, es ist natürlich kein absoluter Unterschiedsspieler. Er könnte jetzt tatsächlich den VfB Stuttgart verlassen und er ist sich quasi schon einig mit Borussia Dortmund. Das kann man jetzt so und so sehen. Wir können es einfach mal so sagen, er hat jetzt in einem Interview ganz klein die Zusage gegeben. Borussia Dortmund ist ein Verein, den er sich sehr, sehr gut als nächste Station vorstellen kann. Er hat seine Zusage gegeben, hat die Tür geöffnet auf die Frage bei Sky, ob er sich einen Transfer zu Borussia Dortmund vorstellen kann. Da sagt er, auf jeden Fall, es ist ein sehr großer Klub, aber es ist nichts fortgeschritten. Ich bin immer noch unter Vertrag beim VfB. Wir wissen den Umstand, 18 Millionen Euro ist die festgeschriebene Ausstiegsklausel des 28-jährigen Gineas. Und das ist so günstig für einen Spieler, der letzte Saison über 25 Tore in der Bundesliga geschossen hat. Der BVB soll ihm tatsächlich auch schon ein Angebot übersandt haben, 8 Millionen Euro Jahresgehalt. Das wäre das Doppelte von dem, was er aktuell verdient. Und wie es weitergeht, da sagt die Gerasi ganz klar, er ist jetzt erstmal im Urlaub, aber in den nächsten Wochen, da wird man sehen, wie es weitergeht. Da sieht man sehen, was passieren wird. Und es ist ganz klar, es wird ein Wechsel passieren. Das ist eigentlich schon fast fix. Der VfB Stuttgart wird wohl keine Chance haben, den Spieler zu halten. Gerasi wird wohl 8 Millionen Euro ungefähr an Gehalt bekommen, egal ob es jetzt bei Borussia Dortmund oder auch bei Atletico Madrid oder AC Mailand ist. Alle bieten ungefähr das gleiche, plus nochmal ungefähr dasselbe, bis zu 10 Millionen Euro auf die Hand als Unterschriftsprämie, weil er eben so günstig ist. Und das sind eben Konditionen, so günstig kriegst du keinen Spieler. Und das macht meiner Meinung nach aus Sicht von Borussia Dortmund nur Sinn, diesen Spieler zu holen. Kann natürlich auch wieder sein, dass es ein klassischer Dortmund-Transfer ist und dass er am Ende des Jahres zwei Tore vorweisen kann. Und eben halt nur in so einem System, wie Stuttgart funktioniert hat, unter so einem guten Trainer, weil Eden Terzic vielleicht jetzt auch nicht der Trainer ist. Da kennt ihr alle meine Meinung. Will ich mich gar nicht wieder weiter reinsteigern. Aber trotzdem, für mich ein absolut sinniger Transfer. Und Gerasi hat hier definitiv die Hand schon in Richtung Dortmund gestreckt. Jetzt muss man sie einfach nur noch nehmen. So ähnlich ist es auch bei Alex Garcia, nur da sind wir eigentlich schon fix. Alex Garcia ist neuer Spieler von Bayer Leverkusen. Sie holen einen neuen zentralen Mittelfeldspieler von eben dem FC Girona, den Kapitän von FC Girona. Der Spanier kommt mit 26 Jahren mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro für 18 Millionen Euro zur Werkself. Und ich sage euch ganz ehrlich, dieser Transfer hat so geisteskrank die Handschrift von eben Xabi Alonso. Der soll auch maßgeblich an diesem Deal beteiligt worden sein. Es ist wohl so, die AS berichtet, ist der 26-jährige Wechsel für 18 Millionen Euro plus eben Bonuszahlungen, die wohl leicht erreichbar werden. Also das Ding wird auf über 20 Millionen Euro ansteigen. Und es soll tatsächlich so sein, dass er heute noch in Leverkusen eintrudeln soll, den Medizincheck absolvieren soll und die Papiere unterschrieben werden soll. Es ist wohl tatsächlich ein fixer Transfer. Leverkusen ist sich auch schon seit längerer Zeit mit dem Mittelfeldspieler einig. Der Deal war mehr oder weniger nur so ein bisschen am Scheitern, weil man sich erst nicht mit Girona einigen konnte. Aber damit holt man wirklich einen sehr, sehr guten Spieler. Ich bin mal gespannt, wie er ihn einsetzt. Ein neuer Mittelfeldspieler. Das bedeutet nicht, dass Scharka hier nicht mehr spielt. Der ist 26 Jahre alt, Alex Garcia. Also ich denke mal, man könnte sich jetzt schon so potenziell auf einen kleinen Abgang vielleicht von einem Palacios vorbereiten, wenn es da was im Hintergrund vielleicht zu berichten gibt. Auf jeden Fall ist dieser Transfer durch und es ist schon ein ziemlich teurer Transfer, also guter Transfer. Auch Alex Garcia war maßgeblich daran beteiligt, dass Girona jetzt aktuell wirklich richtig gut performt hat. Ist immer noch der Kapitän gewesen und jetzt spielt der Champions League Fußball bei Bayer Leverkusen. Bayern sind an einem Außenstürmer von Crystal Pettis dran. Sie wollen einen Flügelspieler für bis zu 70 Millionen Euro holen. Die Rede hierbei ist von Michael Olaiz. Er ist ein 22-jähriger Außenstürmer, der auf dem rechten Flügel zu Hause ist. Könnte dementsprechend ein potenzieller Nachfolgekandidat von einem Serge Gnabry sein. Der 1,84 große Franzose spielt, wie eben schon erwähnte, bei Crystal Palace. In dieser Saison hat er 19 Spiele in der Premier League gemacht. Öfters am Oberschenkel verletzt. Das muss man gleich mit dazu sagen. Hat aber 19 Spiele gemacht. Auch nicht alle von Anfang an. Aber trotzdem 10 Tore, 6 Vorlagen, also 16 Scorer-Punkte gesammelt. Das sind sehr, sehr gute Werte für 19 Spiele. Das muss man ganz klar sagen. Der Athletic berichtet es, Max Eber und Co. haben Kontakt zu Crystal Palace bereits aufgenommen. Sie haben sich über einen möglichen Transfer erkundigt. Die Bayern sind nicht als einzige vorstellig geworden. Newcastle United, FC Chelsea sind wohl auch interessiert und haben ihr Interesse hinterlegt. Und das würde ein sehr, sehr teurer Transfer werden. Denn Michael Olaiz, der hat seinen Vertrag erst vor kurzem bis 2,27 per Palace verlängert. Aber hat eine Ausstiegslosung in seinem Vertrag drin stehen. Denen der Athletic berichtet, knapp 70 Millionen Euro ist diese schwer. So viel müsste man zahlen. Für die Bayern ist aktuell natürlich unklar, ob sie diese Summe zahlen würden. Auch Fabrizio Romano hat sich zum ganzen Thema geäußert, hat das Ganze bestätigt. Ja, die Bayern sind interessiert. Das Rennen um Olaiz ist aber noch komplett offen. Also da kann theoretisch noch auch was ganz Verrücktes passieren. Also da ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen. Da gibt es natürlich auch gleich mehrere Klubs, die hier an ihm dran sind. Wie eben schon benannt, das ist ein Rennen um den Spieler. Und es heißt, dass der Spieler grundsätzlich auch bereit ist für den nächsten Schritt. Wie gesagt, 22 Jahre alt. Bei Crystal Palace eigentlich gut reingestartet. Zehnter Tabellenplatz wurde Crystal Palace. Das bedeutet, sie spielen eben auch nicht international. Vielleicht ist das halt eben eine Option, die Olaiz jetzt gerne haben möchte. Bei den Bayern wäre Platz auf den Vögeln, wenn man Coman oder Gnabry oder vielleicht sogar beide verkauft. Thema loswerden. Dann müssen wir auch über Niklas Süle sprechen. Denn da gab es ja auch wieder Gerüchte. Er ist ein potenzieller Verkaufskandidat. Und das kann ich jetzt hier so in dem Zuge immer noch bestätigen. Ja, die Gedanken Niklas Süle zu verkaufen, die gibt es bei Borussia Dortmund definitiv. Jetzt gab es aber erstmal ein klärendes Gespräch. Wenn man das so nennen mag. Es war eine Krisensitzung. Es war eine absolute Deadline für Niklas Süle. Denn auch hier hat die Sportbild erfahren. Dann noch vor dem Urlaub, vor seinen freien Tagen, musste der Spieler zu den Bossen, zu Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sebastian Kehl. Und dort wurde dem 28-Jährigen wohl ganz, ganz klar gemacht, dass man ihn topfit zur Leistungsdiagnostik am 10. Juli zurückerwartet. Es wurde ihm gesagt, er hat tatsächlich mit 110 Kilo, 10 Kilo definitiv zu viel, mehr als 10 Kilo zu viel. Und man erwartet, dass er zur Vorbereitung mit 10 Kilo weniger wiederkommt und deutlich fitter, als er das aktuell ist. Das bedeutet, Süle muss sich jetzt wohl oder übel an einen strengen Ernährungsplan halten, in seinen Urlaub mehr oder weniger auf vieles verzichten und trotzdem, obwohl er Urlaub hat, Sport machen. Der körperliche Zustand des Profisportlers ist wohl ein ganz großes Problem bei Borussia Dortmund und das soll ihm jetzt unmissverständlich gesagt worden sein. Denn sollte er sich, sage ich mal, nicht bessern von seiner körperlichen Kondition her, dann ist wohl ein Verkauf in diesem Sommer die wahrscheinlichste Option bei Borussia Dortmund. Und auch wenn man ja aktuell dann nur noch einen etatmäßigen Innenverteidiger, Nico Schlotterbeck, in den eigenen Reihen hätte. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Dann sprechen wir doch kurz noch über einen fixen Transfer. Wir gehen zum Dauerrivalen oder, ja ich sage mal, Rivalen kann man gar nicht richtig sagen, wir gehen zu Schalke. Asan Weidraogu, der wird jetzt in Richtung Leipzig wechseln. Die Entscheidung soll gefallen sein, das wurde jetzt heute Morgen exklusiv von Sky berichtet. Es ist wohl so, dass er jetzt zu Leipzig wechselt. Der 18-Jährige hat sich für die Sachsen entschieden. Letzte Details sind noch zu klären. RB Leipzig wird die Ausstiegspause in Höhe von 10 Millionen Euro ziehen. Und es ist wohl so, dass tatsächlich die Leipziger dafür entschieden haben, den Spieler möglicherweise wohl erstmal auch zum Partnerklub RB Salzburg zu verleihen. Die BILD hat berichtet, es wird sich jetzt wohl tatsächlich in der Vorbereitung so ein bisschen zeigen, wie man mit Asan Weidraogu plant. Entweder ist Plan A, dass er bei den Sachsen bleibt und dann tatsächlich auch schon Spielminuten in der Bundesliga sammelt. Oder er eben für eine Übergangssaison nach RB Salzburg verliehen wird und dort in der österreichischen Liga dann natürlich eine gesetzte Größe sein könnte. Also, ja, das sind wohl die ersten Ideen, die man jetzt bei Leipzig hat. Was sagt ihr dazu? Von Schalke zu Leipzig, von Tradition zu, ja, Dose, das ist das eine. Aber ich glaube, für seine Entwicklung ist das natürlich der absolut richtige Schritt. So würde ich das Ganze zumindest mal einordnen. Und da werden es wieder viele von euch sauer sein. Die werden sagen, warum wurde das dann gestern berichtet, dass das alles einig ist. Ja, es gibt eine mündliche Einigung mit dem Spieler. Aber die Bayern haben sich jetzt einfach, um es ganz plakativ zu sagen, gegen Hernandez entschieden. Das hat jetzt die Sportbild erfahren. Demnach ist es wohl so, dass sehr vieles auf dem Hernandez hingedeutet hat. Es gab Berichte über diese mündliche Einigung. Aber nach den ersten Gesprächen soll das Ganze jetzt wohl doch kein Thema mehr sein. Die Bayern sollen sich jetzt mit anderen Linksverteidigern beschäftigen. Das hat auch die L'Equipe bestätigt. Es ist vermutlich, also das ist so meine Interpretation des Ganzen, der Preis, der natürlich auch abschreckt. Und zum anderen sieht es aktuell wieder, ich sage mal, etwas besser aus zwischen Alphonso Davies und eben den Bayern. Es sieht aktuell danach aus, dass die Bayern hier, ich sage mal, gute Gespräche geführt haben. Zwar wurden die Gespräche jetzt abrupt abgebrochen durch dessen Berater. Aber Davies Berater ist eh ein ganz komischer Vogel, dieser Nick Hursé oder wie der heißt. Ganz, ganz komische Verhandlungen. Also die haben verhandelt und dann ist er einfach am Donnerstag wieder abgereist. Also es war ganz, ganz komisch. Die Bayern hatten ja 13 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Boni-Zahlungen angeboten. Und die Spielerseite fordert jetzt wohl 16 Millionen Euro plus Boni. Ja, vielleicht kann man sich hier einfach noch treffen. Und dann sind es jetzt vielleicht 1, 2 Millionen Euro, die die Bayern noch oben drauf zahlen müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du keinen Verteidiger in dem Alter findest, der so viel Potenzial mit sich bringt und den der Trainer auch unbedingt haben will, wie das eben bei Alphonso Davies der Fall ist. Und das wird, denke ich, meiner Meinung nach auch maßgeblich damit zu tun haben, dass eben jetzt der Transfer von Teo Hernandez bei den Münchnern kein Thema mehr ist. Und auch der Transfer von Davies zu Real Madrid. Da gab es jetzt verschiedenste Meldungen. Da gab es von einzelnen Reportern aus Spanien auf Twitter die Meldung, dass das ganze Ding eigentlich schon durch wäre. Also, dass Davies fix zu Real wechselt. Aber von ganz vielen gab es auch die Meldung. Und das glaube ich tatsächlich eher. Denn da haben sich jetzt die meisten anderen Reporter jetzt halt nicht mit draufgestützt auf das erste Thema. Die meisten haben gesagt, nein, es ist so, dass man eigentlich mit Fernand Mordi ziemlich zufrieden sein soll. Und gerade auch jetzt die Nachfolge von Toni Kroos als deutlich wichtigeres Thema bei Rhein-Madeur zieht. Und erst vielleicht im nächsten Jahr sich mit der Linksverteidigerposition beschäftigen möchte und nicht eben in diesem Sommer. Dementsprechend sieht aktuell alles danach aus, dass die Bayern eben weiterhin mit Alphonso Davies zusammenarbeiten. Ihr seht hier im Hintergrund, Robin Gosens gibt ein Angebot an Union Berlin. Ja, Robin Gosens wird ja mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Und zwar berichtet Fabrizio Romano, hat jetzt FC Bologna aus der Serie A. Das ist ja das Traumziel wieder zurück von Robin Gosens. Der soll tatsächlich eine Leihe samt Kaufoptionen in Höhe von 7 Millionen Euro an Union Berlin übersandt haben. Das soll für die Köpenlinger nicht genug sein. Der Poker wird jetzt aber so ein bisschen gewinnen. Sie wollen rund 10 bis 12 Millionen Euro für Robin Gosens haben. Sie hatten ja auch vor einem Jahr noch 12 Millionen Euro selber für Gosens gezahlt. Dementsprechend wollen sie hier keinen Verlust machen. Bei Bologna wäre natürlich sehr attraktiv für Robin Gosens. Er würde dann wieder in der Champions League spielen. Die sind ja in der Serie A sehr, sehr weit nach oben geklettert. Also wäre ein deutlicher Schritt für ihn nach vorne. Und ich würde auch sagen, ein Spieler, der unbedingt wieder in die Nationalmannschaft möchte, der muss definitiv bei einem Klub spielen, der auch in der Champions League zu Hause ist. Das ist also das Thema dazu. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.